Hi Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Wir sind dabei, die Hauptstory jetzt weiter anzugehen. Wir haben den Ring nämlich weitergegeben. Da fällt mir gerade ein. Wir haben ja jetzt noch einen Ring über, oder? Den Vale voll hatte. Können Framling kriegen? Ein Ring müsste doch jetzt frei sein. Tatsächlich nicht. Wird hier gar nicht aufgelistet? Interessant. Oh, hier ist er aufgelistet, oder? Doch, Vale. Ne, wer hat den von Lucina? Hat sie jetzt zwei Ringe? Hm. Okay. Er wird auf jeden Fall nicht so als einer von diesen gewertet. Na gut, dann ist er halt einfach nur ein Verbundring. So. Ach, wir hatten ja noch... Moment. Bevor wir die Story richten, ich werde mal machen können, da vorne ist doch noch was. Da. Das müssen wir noch machen. Verheer... Was? Verheertes Schloss. Ja. Machen wir das auch noch. Weil das darf ich mich auch nicht entgehen lassen. Ah, ich dachte, wir könnten die Hauptstory jetzt weiter machen. Es tut mir leid, ich habe das Ding vergessen. Der Heldenkönig. Ich habe das gemstone hier gemacht. Und wie sie vermisst, die Altea ist noch nicht. Altea ist noch ein kleines Erdbeeren. Das ist richtig. Das ist wo ich aufgewachsen bin. Nachdem es in die Hand zu fallen, meine Alliaten und ich sie zurückgebracht haben. Du hast dein Haus verloren. Der Dolor-Empire, lediglich von der Shadow-Dragon Medias. Seine Worte überrascht die Kastel. Die Kastel-Night haben die Schutz gefordert, und viele Soldaten fallen während meiner Gelegenheit. Auf diesem Tag habe ich gelernt, die wahrheitliche Sprache des Macht. Die Alliaten, wie die Prinzessin Sita und die Oggma-Mercenari haben mich geholfen. Meine Leute nennen mich die Hero-Kin, aber ich denke, dass die realen Hero sind die, die mir geholfen haben. Das ist warum ich kämpfe. Für alle die, die mir glaubten. Ich will auf ihre Hoffnung. Ich denke, ich weiß, was du bedeutet. Ich will einen Frieden des Friedens mit meinen Freunden und meine Alliaten. Diese Vision hat mich geholfen, um mich zu sein. Du hast du stark in deinen Krieg geholfen, und bist mehr als wertvoll in deinem Hoffnung. Jetzt standen sie neben dir, bereit für deine Schuld. Deine Herausforderungen sind nicht deine alleine. Meine Freunde und Familie haben mich all diesen Weg gebracht. Ich habe sie so viel. Du hast diese Gefühle nahe zu deinem Hoffnung. Und du bist sicher, dass du diese Trieb. Trieb? Sie kämpft mich jetzt. Sie kämpft mich jetzt. Sie kämpft mich jetzt. Sie kämpft mich auf dich. Sie kämpft mich im Kampf, um unsere Verbindung zu stärken. Sie gewinnen. Sie kämpft mich. Und du bekommst mich mehr Kraft. Aber die Krieg beginnt. Ich zeige dir, dass ich dieses oder irgendwelche Trieb. Okay. Dann wird das jetzt die letzte Prüfung sein. Schätze ich. Und dann haben wir glaube ich auch alle 12 durch. Jetzt haben wir das Schwert von Emblem Roy. Verteilt gegen Lanzen. Nachteil gegen Äxte. Vorteil gegen Lanzen. Ja, das Schwert war irgendwie querverkehrt. So, was haben wir an Einheiten dabei? Alle mit dem Ring. Außer wir selbst natürlich. Okay. Dann Position. Gucken wir doch mal. Wir haben hier unten. Einen Dieb. Der natürlich wahrscheinlich hier lang laufen wird. Oder so. Hier hoch. Hier lang. Und dann sich die Kisten holt. Oder so. Keine Ahnung. Wir können hier durch preschen. Und ihn aufhalten. Oder er findet einen Weg durch eine Wand. Und dann ist er hier drin. Keine Ahnung. Ähm. Hier können wir auch noch durch. Was finden wir hier? Mars. Okay. Wir können direkt zu ihm? Okay. Und dahinten werden ausgehen. Kann ich hier eigentlich einholen, wenn ich hier dich hinterher schicke? Soll ich es mal versuchen? So. Mal probieren. Ähm. Der Rest. Boah. Kann nicht so bleiben, oder? Überall tauscht noch. Und sonst passt das. So. Starten wir einfach. Okay. So. Du. Hier hin. So. Fail. Komm mal nach vorne. So. Feindbewegung. Oh. Das ist kein Kristall. Du auch. Das ist so mein egal. Okay. Sowieso. Aber nur einen. noch mehr mit Kristall? Ne. Doch. Hier ist noch einer. Der hat ein bisschen Gold für uns. Na gut. Jetzt kriege ich kein glückliches Gold mehr. Brauch. Ähm. Sollte ich einfach mal da hinstellen. Mal gucken was passiert. Isso. Ich denke schon. Ich bin sehr froh real. bereit und bereit. Ja. Natürlich. Ja. So. Und du auch hinterher. So. Ist er gebündelt? Was ist da vorne denn jetzt schon? Trankt das irgendwas? Ich dachte, das wäre jetzt nur der eine. Die, die da schon drin stehen. Aber der macht nichts. Vielen Dank, dass du da bist. So, Angriff. Weg mit dir. So. Geheimbuch. Händigkeit. Nee, komm weg. So, dann werde ich hier hochrennen. Und hoffen, dass ich schnell genug sein werde. So, Angriff. Haut den mal. Macht ja keinen großen Schaden. So, theoretisch kann sie das alleine händeln hier. Angriff. Ja, wir kriegen einmal zu einem Prozent Schaden ab. Süß. So, dann. Hau ihn mal weg. So. Er ist down. Hm. Kann Wälder auch rankommen? Bis dahin. Bis dahin. Sie können bis hier hin. Bis dahin. Das wäre natürlich perfekt. So, das heißt, sie kommt bis hier. Kannst du mal so angreifen. So. Trefft man. Er trifft uns nicht. Das ist schön. Auch, er ist sogar gebrochen. So, hat der Notwell jetzt den Rest. Schön hier ein bisschen zusammenkämpfen. So, 38. Weg mit dir. So. Allerweil kann sie auch gebrauchen. Ähm, wo gehe ich jetzt hin? Eigentlich kann ich nach links weitergehen. Jetzt kommt ja alle an sie ran. Das gefällt mir irgendwie nicht. So. Mal hoffen, dass die ja nicht von rechts auch noch rauskommen. So, die wollen fliehen. Das ist natürlich nicht so geil. So. Was ist mit euch da oben? So. Du kommst auch mit hier rüber. So, dann warte ich, bis die näher kommen. Kann sie umklatschen. Ich fang mit dir. Was tun denn an sie überhaupt ran? Oh. Das missfällt mir. Dass ihr das könnt. Ich warte eine Runde. Steiger, sagst. Okay. Du hast keinen Schaden. Süß. Okay. 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 So, erst mal dich wieder nach vorne schicken. So, was mache ich mit dir? Ähm, erst mal wirst du hier den zerstören. Das ist schneller. Trifft auch. Er kann nicht kontern. Er kann nicht mehr angreifen. Das heißt, ich kann mir mindestens zwei Hits sparen. Kann sich nicht verteidigen. Bei Nahkampf. 40. Nimm ich doch das hier. Weil er sich nicht verteidigen kann. Er hat eine Waffe, zwei bis irgendwas. Ist gut. Was hat ein Alkast Maximum? Na toll. Wie kann ich mal jetzt damit? So. Hey. Achso. Ähm. Der Rechts kommt nicht an mich ran. Na dann. Sollte es eigentlich passen. Ah, ein bisschen Verteidigung bitte. Nö. KP. Toll. Nö. Nö, nö, nö. So. Wieso kommen die an sie ran. Ich verstehe es nicht. Erhöht das das Unterstützungslevel, wenn man das hat? Oh Gott. Der Sinnlosenkram. Ach, das brauchst du doch gar nicht erst versuchen. Armer Irrer. 16 Schaden. So, das wird das hier ja nicht vergessen. So, viel Spaß beim Fluchtversuch. 38, nehmen wir doch das. So, gut. So. Du kannst sterben, weil Bruch. 100%? Ja. So, Angriff. Das Fahrer 19 reicht nicht. Ja, und wir den angreifen, der wehrt sich nicht. Boah, dass die alle darüber angreifen können, ne? Was ist das denn? Ach, Donnerschwerter. Oh. Okay. Alle haben Donnerschwerter. Interessant. Ne. Ich komme nicht wirklich vorwärts. Das nervt mich. So, warten. Ich hoffe, er weiß, dass ihm das nichts bringt. 20 Schaden. So, Level ab. Geschwindigkeit, Resistenz, Magie. Okay. Das war gut, dass du dem ausgeglichen bist jetzt. So, da kommt noch an. Natürlich du. Auch nochmal 15 Schaden. Okay. Ich weiß nicht, wie es das verhält mit dem Donnerschwert und den Angriffen. Ich habe ein bisschen zu viel Schaden gemacht. Der Knirps. So. Jetzt mal nach oben. Und klopst die nochmal einen rein. So. Eingriff. Wittertot. Wir fangen an. 100%. Dann. Drauf. Mittlerwerb schon wieder. Die hat aber schnell ECP gekriegt. So. So. Ich würde Velja gerne nach vorne schicken. Die machen mir alle ein bisschen Angst hier. Ich kriege nichts tot. Bei mir sind es sterben würde hier, aber der will einfach nicht. So. Angriff. Silbert euch. Oh. Wir können beide nichts. Das war jetzt nicht so der Kracher. Alexi kann weg. Viel Spaß beim weiteren Versuch zu entkommen. Und auch ihr wartet. Scheiß ernst, dass ihr jetzt hier hinläuft? Glaube ich ja nicht. Wir wollen die jetzt hinlaufen. Angriff. Den Abfang. Das ist ja meine Gefangenen. Schön, die Schätze. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Viel Spaß beim Sachen machen und Dinge tun. Ein bisschen schnell gerückt. Egal. Abgereicht. Du kommst hier runter. Fail muss auch noch vorne. So. Ich greife mich echt an. Wow. So. So. Dann. Moment. Angriff. Auf den da. Du kommst mir nicht. Ich denke, dass ich ihn auch vergesse. So. Gut. Ja. Kann aber auch weg. Angriff. Auf den. Und der ist tot. Perfekt. Perfekt. Kann ich nicht rüberfliegen. Ich weiß nicht, wie der Blitz noch verhält. Bündnis. Ich mach mal Bündnis. Das Ding ist stärker, theoretisch. Ich kille aber niemanden damit. Das bringt mir gerade noch nicht so viel. Das bringt mir gerade noch nicht so viel. Du bist leider im Nachteil. Sie macht keinen Schaden. Ah. 17. Ja. Mach. So. So. Mal hoffen, dass es gut was hält. So. Fail. Hast du noch irgendwie einen Zauber parat? Nicht so ganz Was zumindest kannst du angreifen Nicht dass die Daunen hauen, wenn sie jetzt alle da raus stürmen hier. Schön drum herum stellen, kommen ein paar ran Warte Nee Angriff Ja, komm mal drauf So, geschenkter Schaden, bringt man doch erstmal gerne Nee, nee, nee Ich warte einfach hier Zwei Schaden, das wäre süß Die sind gebrochen Okay, der lebt fast gut Der andere nicht mehr an ihn ran Oh, er hat getroffen Ich sollte ein bisschen Angst kriegen hier Jetzt sollten die erstmal fliehen So, Angriff Ja, haut ihn mal um Sehr gute Arbeit Dann kannst du ihn noch einschnappen hier Bringt das mehr, wenn ich da hingehe Wahrscheinlich doch Tatsache Kann ich kontern Soll ich das auch alles auslasten können? Ich weiß es nicht So Vail, wie wärs mit dir? 38 Perfekt Gut So, 37 Schön Ah, magisch Nehm ich Stärke auch, weil sie auch den durch hat So, Angriff Ja, haut ihn um Der wehrt sich eh nicht Der wehrt sich eh nicht Oh, der ein Kristall gehabt Das hab ich nicht gesehen So, Angriff Ja, einfach mal draufhauen Schade nicht Schade nicht So, und du darfst auch nochmal draufhauen Na, so langsam kommen wir doch ganz gut voran Und ich kann dich glaube ich hier stehen lassen Dich auch Ja, wenn wir nur noch die beiden Heinis da und dann war es das Nichts Wenn ich nicht mehr groß was sammeln möchte Na toll Hier das so scheiß Brüche Null Scheiben Null Scheiben, zu 80% Wow Ist echt gut geworden Am Anfang habe ich echt Angst gehabt, dass sie immer drauf geht, aber Mittlerweile denke ich so Ne läuft Oh, da kommt Versteckung Ich glaube ich sollte dich mal runter schicken Ja, nimm den mal raus Und level up Na toll Na toll Hat sich wieder nicht gelohnt So, vorbei Da auch Angriff Okay Was waren das alles für Angriffsdinger da? Ja Okay, gut So, ich könnte nicht noch was sammeln Das Außen könnte ich noch sammeln Aber will ich jetzt nicht Wichtig ist, dass ich mich positioniere So, jetzt kann ich sammeln Helfen nicht? Warum nicht? So Du Runter Du darüber So Dann kommt man So, der kommt zumindest in die Nähe Jetzt kommt man Drachen, okay So, dann werde ich aber erstmal den Part hier wieder wenden Wir haben lange genug gespielt und Interessant, dass der noch ein bisschen versterben kriegt Aber es sollte nicht mehr so schlimm werden Ich denke, das sieht ganz gut aus Für uns Und Schick mit Wasserfällen Oh, Mini-Dinger Ja, gut, wir machen Schluss und Dann bis zum nächsten Mal Ciao